Er Neufundländer ist eine große, kräftige Hunderasse aus Neufundland. Ursprünglich wurden sie als Arbeitshunde eingesetzt, um Netze für Fischer zu ziehen und Holz aus dem Wald zu holen. Er ist ein fähiger und fleißiger Hund, der sich gut für die Arbeit an Land und im Wasser eignet. Er ist ein starker Schwimmer. Sie sind gutmütig und reaktionsschnell und eignen sich auch hervorragend als Familienhunde. Interessante Fakten über diese Rasse Der Neufundländer ist ein Hund, der Kinder liebt. Er ist von Natur aus sanft und freundlich zu ihnen, aber auch beschützend. Fans dieser Rasse sagen, der Neufundländer sei ein geborener Babysitter. Der Neufundländer stammt ursprünglich aus Neufundland in Kanada, das an der Nordostküste des Landes liegt. Er hat damit seinen Geburtsort mit dem beliebten Labrador Retriever gemeinsam. Beide Rassen sind sich in ihrem Charakter ähnlich und haben Eigenschaften wie Intelligenz, eine starke Arbeitsmoral, Freundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit gemeinsam. Der Neufundländer ist eine riesige Rasse. Obwohl er relativ ruhig ist, braucht er dennoch täglich Bewegung, um fit zu bleiben. Sauberkeitsfanatiker sollten den Neufundländer nicht in Betracht ziehen, denn sein langes, schweres Fell ist ein Schlamm- und Schmutzmagnet. Er ist besonders geschickt darin, Schmutz und Ablagerungen im ganzen Haus zu verteilen. Um den Schaden zu minimieren, müssen sie ihn regelmäßig pflegen. Und er sabbert auch viel. Aber wenn es um die Erziehung geht, ist der Neufundländer ein Musterschüler. Er lernt schnell, und es gibt wenig, was dieser Hund nicht kann. Mit dem Training sollte man früh beginnen, denn die Rasse wird schnell groß und es kann schwierig sein, einen 50 Kilogramm schweren Hund von der Couch zu holen. Der Neufundländer ist von Natur aus ein sehr starker Schwimmer. Es gibt viele Berichte über Neufundländer, die nach einem Schiffbruch Menschen aus dem kalten Wasser des Atlantiks gerettet oder aber auch Kinder aus eiskaltem, tiefem Wasser gezogen haben, gerade noch rechtzeitig. Ganz gleich, welchen Zweck der Neufundländer in ihrem Leben erfüllen soll, er wird zweifellos ihr Herz erobern. Geschichte Die Neufundländer stammen aus der gleichnamigen kanadischen Provinz und arbeiteten mit den Fischern der Region zusammen. Obwohl er seinen Ursprung in Kanada hat, sind die Details nur lückenhaft. Es gibt drei Theorien über die Entstehung des Neufundländers, die jedoch, wie bei den meisten Rassen, schwer zu bestätigen sind. Die erste besagt, dass der Neufundländer eine Kreuzung zwischen dem tibetischen Mastiff und dem inzwischen ausgestorbenen amerikanischen Schwarzwolf ist. Durch die Paarung dieser beiden Tiere entwickelte sich schließlich der Neufundländer. Eine zweite Theorie besagt, dass die Wikinger die Hunde zurückließen, als sie 1000 nach Christi die neue Welt besuchten und dass diese Hunde sich mit den in Ostkanada heimischen Wölfen kreuzten und dann schließlich vom Menschen weiterentwickelt wurden. Gemäß der dritten Theorie wird vermutet, dass der Neufundländer das Ergebnis der Kreuzung vieler europäischer Rassen um das 15. und 16. Jahrhundert ist, darunter Pyrenäenschäferhunde, Mastiffs und portugiesische Wasserhunde. Bekannt ist, dass Sir Joseph Banks, ein englischer Botaniker, irgendwann im späten 18. Jahrhundert mehrere Neufundländer erwarb, die 1775 von George Cartwright dann benannt wurden. Im späten 18. Jahrhundert identifizierte und beschrieb ein anderer Fan, Professor Albert Heim aus der Schweiz die Rasse. Doch die Existenz des Neufundländers war bis dahin gefährdet. In den 1780er Jahren wurde die Rasse fast ausgerottet, weil die kanadischen Familien für den einen Hund, den sie halten dürften, Steuern zahlen mussten. Eine Person, die zum Wiederaufleben des Neufundländers beitrug, war Sir Edwin Landseer, der den Neufundländer gerne in seinen Gemälden darstellte. Die weiß-schwarze Variante des Neufundländers wurde ihm zu Ehrenlandseer genannt. Die Zukunft der Rasse wurde jedoch erst richtig besiegelt, als der Ehrenwerte Harold McPherson, Gouverneur von Neufundland, den Hund zu seiner bevorzugten Rasse machte. Persönlichkeit und Charakterzüge Der Neufundländer ist für sein sanftes Gemüt bekannt. Er ist wie ein großer, liebenswerter Teddybär. Er liebt Kinder, ist intelligent und will gefallen. Am glücklichsten ist er, wenn er mit seiner Familie zusammen ist. Daher sollte er nicht für längere Zeit allein gelassen oder in einen Zwinger verbannt werden. Wie jeder Hund braucht auch der Neufundländer eine frühzeitige Sozialisierung, das heißt er muss in jungen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr Neufundländer-Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Die Teilnahme an einer Welpenschule ist ein guter Anfang. Wenn Sie ihn regelmäßig in belebte Parks, in Geschäfte in denen Hunde erlaubt sind und auf Spaziergänge mitnehmen, können Sie seine sozialen Fähigkeiten ebenfalls verbessern. Haltung Der Neufundländer braucht regelmäßige Bewegung. Er ist kein Langstreckenläufer, aber er ist ein guter Schwimmer. Wenn Sie eine Neufundländer-Welpen aufziehen, müssen Sie besonders vorsichtig sein. Wie andere Riesenrassen wächst der Neufundländer zwischen dem vierten und siebten Lebensmonat sehr schnell. Dies macht ihn anfällig für Knochenerkrankungen. Als großer Hund altert er auch schneller als kleinere Hunde. Lassen Sie Ihre Neufundländer-Welpen nicht auf sehr hartem Untergrund wie Pflaster rennen und spielen, bis er mindestens zwei Jahre alt ist und seine Gelenke vollständig ausgebildet sind. Normales Spielen auf Gras ist in Ordnung, ebenso wie Welpenagility. Schwimmen ist ein ideales Training für einen Neufundländer-Welpen, da er hierbei seine Muskeln trainiert, ohne dass die Gefahr besteht, seine Gelenke zu verletzen. Das Training sollte an dem Tag beginnen, an dem Sie Ihre Neufundländer-Welpen nach Hause bringen. Er ist im Allgemeinen sehr lernwillig, sodass das Training relativ einfach ist. Leinenführigkeit ist beim Neufundländer ein Muss, vor allem, weil er ausgewachsen mehr als 50 Kilogramm wiegen wird. Welpenschule und Gehorsamkeitskurse werden empfohlen. Fellfarbe und Pflege Der Neufundländer hat ein flaches, wasserabweisendes Doppelfell. Das Deckhaar ist grob und lang, während die Unterwolle weich und dicht ist. Der Fellwechsel ist mäßig und findet vor allem im Frühjahr und Herbst statt. Das Fell des Neufundländers gibt es in verschiedenen Farben, darunter einfarbig schwarz, braun, grau oder Landseer, ein weißes Fell mit schwarzen Abzeichen. Sein dichtes, stattliches Fell muss zwei- bis dreimal pro Woche gebürstet werden. Baden Sie ihn je nach Bedarf alle ein bis zwei Monate. Viele Besitzer entscheiden sich dafür, einen professionellen Hundefriseur mit der Pflege Ihres Neufundländers zu beauftragen, da dies eine gewaltige Aufgabe ist. Trotzdem müssen Sie ihn regelmäßig bürsten. Wie alle Hunde mit einem flauschigen Fell wird auch der Neufundländer leicht schmutzig. Rechnen Sie mit schlammigen Pfoten, Blättern oder Kletten im Fell. Putzen Sie die Zähne Ihres Neufundländers mindestens zwei- bis dreimal pro Woche, um Zahnstein und die darin lauernden Bakterien zu entfernen. Tägliches Putzen ist sogar noch besser, wenn Sie Zahnfleischerkrankungen und Mundgeruch vorbeugen wollen. Schneiden Sie seine Nägel etwa einmal im Monat, wenn Ihr Hund sie nicht auf natürliche Weise abnutzt, um schmerzhafte Risse und andere Probleme zu vermeiden. Wenn Sie sie auf dem Boden klappern hören, sind sie zu lang. Die Zehennägel von Hunden haben Blutgefäße und wenn sie zu weit schneiden, kann es zu Blutungen kommen. Wenn Sie das nicht selbst machen wollen, bitten Sie einen Tierarzt oder einen Hundefriseur, das für Sie zu tun. Die Ohren sollten wöchentlich auf Rötungen oder übeln Geruch untersucht werden, was auf eine Infektion hindeuten kann. Wenn Sie die Ohren Ihres Hundes untersuchen, wischen Sie sie mit einem Wattebausch aus, der mit einem sanften, pH-ausgewogenen Ohrreiniger befeuchtet ist, um Infektionen zu vermeiden. Führen Sie nichts in den Gehörgang ein, sondern reinigen Sie nur das äußere Ohr. Gewöhnen Sie Ihre Neufundländer schon im Welpenalter daran, gebürstet und untersucht zu werden. Fassen Sie häufig seine Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um ihre Füße geht, und schauen Sie ihm ins Maul. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht und Sie legen den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Handgriffe, wenn er erwachsen ist. Achten Sie bei der Fellpflege auf Wunden, Ausschläge oder Anzeichen einer Infektion wie Rötungen, Druckempfindlichkeit oder Entzündungen auf der Haut, in Nase, Maul und Augen sowie an den Füßen. Die Augen sollten klar sein, ohne Rötung oder Ausfluss. Ihre sorgfältige wöchentliche Untersuchung wird Ihnen helfen, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen. Kinder und andere Haustiere Dieser knudelige Riese ist sehr tolerant gegenüber Kindern. Dies ist auch wichtig, da er dank seiner Größe und seines weichen Fells ein Kindermagnet ist. Aber er kann auch versehentlich ein Kleinkind oder ein kleineres Kind umwerfen. Ebenso kann er auf Kinder, die ihn nicht kennen, einschüchternd wirken. Wie bei jeder Hunderasse sollten Sie Kindern immer beibringen, wie man sich Hunden nährt und sie anfasst. Beaufsichtigen Sie alle Interaktionen zwischen Hunden und kleinen Kindern, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien beißt oder an den Ohren oder am Schwanz zieht. Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich niemals einem Hund zu nähern, während er frisst oder schläft, oder zu versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Kein Hund, egal wie freundlich er ist, sollte jemals unbeaufsichtigt mit einem Kind gelassen werden. Der Neufundländer ist auch mit anderen Haustieren, einschließlich Katzen und kleinen Säugetieren, gut verträglich, solange er richtig sozialiert und trainiert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!